Hi, ich bin der Markus, ich mach einen Film, der heißt Tromaggot, darin geht's um eine fleischfressende Socke. Hey Frishti, krieg ich ein Autogramm? Hey, kann ich ein Foto von ihr machen? Ja, aber... Hey, kann ich ein Foto vom Autogramm machen? Ja, aber... Hey, Frishti, du Frishti, hey, hey Frishti... Ja, was ist denn? Ähm, hast du Lust, in meiner Synchron mitzumachen? Was, ich hätte lieber Sex mit deiner Oma! Scheiß in ihren Hals und scheiß auf dein Troma! Kennst du Troma? Du lust voll ab mit diesem Schrott! Hör so vor, pisst dich mit dir in dem Tromaigott! Das ist voll lustig und fresh, das Horror nennt sich Horror-Trash! Pussy, Kack, Horror-Trash, das ist voll schlapp! Ich steh auf anspruchsvolle Werke wie Two Girls, One Cup! Oh, bitte! Bitte! Frag noch einmal und ich brech deine Beine! Jetzt nimm dein Tromaigant und zieh endlich Leine! Ist doch nur ein wenig Text zu sprechen! Ey, ich meine es ernst, ich werd dir deine Beine brechen! Ach, ein Pirat kennt keine Furcht! Okay, du hast es so gewollt, ich brech jetzt deine Beine durch! Oh, Mann, so viel Glück! 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 Oh, das ist so schwer! Oh, das sieht echt übel aus, Mann! Oh, Mann, solltest du zum Krankenhaus gehen oder so! Ach, nee, du kannst ja gar nicht mehr gehen! Wie komm ich denn um Himmels Willen raus hier? Äh, längst durch den Gang, dann rechts die zweite Tür! Ah, na gut! Oh, dann geh ich mal im Nu! Jo, und sei bitte so lieb, mach leise die Tür zu! Ich hab gesagt, leise! Entschuldigung! Komm doch mal her! Ja? So, du machst das jetzt nochmal! Aber mein Bein tut verdammt weh! Du lernst jetzt, wie man leise Tür zu macht! Los! Okay! Geh, gefälligst gerade! Ich kann nicht! Mein Bein tut verdammt weh! Aus diesem Zimmer wird ordentlich herausgegangen und nicht so hingelümmelt! Gebt dir mal ein bisschen Mühe! Wie sieht denn das aus? Geht dir mal ein bisschen Mühe! Geht dir mal ein bisschen Mühe! Untertitelung des ZDF, 2020